Lucy, was ist los? Hey, Lu. Was ist denn passiert? Was ist hier los? Hey, ganz ruhig. Ich habe die ganze Zeit irgendwelche Kinder geholt, aber ich habe sie nicht gesehen. Dann hat er mich festgehalten. Wer? Wer hat dich festgehalten und welche Kinder? Er war hinter mir her. Wovon spricht sie? Das weiß ich doch auch nicht. Was war denn das überhaupt für ein Schrahl? So etwas darfst du niemals mehr tun. Habt ihr was herausgefunden? Naja, wir haben uns vor allem erschreckt. Aber wie kommst du denn hierher? Victor war wieder mit seinen toten Tieren beschäftigt. Diesmal hat es geklappt. Und was machen wir jetzt? Also ich gehe jetzt runter. Ich bleibe hier keine Sekunde länger. Sie hat bestimmt nur schlecht geträumt. Ja, da muss es aber ein schlimmer Albtraum gewesen sein. Da unterschreckt man sich nicht so. Hey, ganz ruhig. Es ist vorbei. Es hat sich so echt angefühlt. Ach so. Eine Zusammenrottung. Daniel Guttenberg. Was hatte ich dir gesagt? Ich wollte doch nur nachsehen, wo das Geräusch herkam. Lucy hat schlecht geträumt. Sonst noch Fragen. Und jetzt geht ihr alle auf euer Zimmer. Daniel. Du gehst in dein Bett. Du gehst in dein Bett.